Es sind nur noch wenige Wochen bis zu Spiel 24 und ich bin schon extrem heiß auf die ersten Herbstneuheiten. Und natürlich werdet ihr hier auf meinem Kanal auch wieder die eine oder andere Preview-Liste mit extrem interessanten Titeln bekommen. Und ich werde euch dieses Jahr das Ganze so ein bisschen aufsplitten in die unterschiedlichen Kategorien und werde mir so ein bisschen die Spiele heraussuchen, habe ich natürlich zum Teil auch schon, die ich besonders interessant finde und euch die Spiele dann kurz vorstellen. Und natürlich versuche ich dann auch meine Finger irgendwie an diese Spiele zu bekommen, um euch dann etwas detaillierter von diesen Spielen zu berichten. Und auch jetzt mit diesem Video möchte ich ein kleines Experiment wagen und nochmal ein Jahr zurückgucken. Ich habe letztes Jahr eine 100er-Liste gemacht, also es waren 10 Videos mit jeweils 10 Spielen. Und zwar Spiele, die Hit-Potenzial hatten, meiner Meinung nach. Und ich möchte ganz gern heute mit euch ein kleines Reaction-Video machen. Also, ich habe mir hier quasi ein kleines Setup aufgebaut. Das Ganze ist ziemlich laienhaft. Ich habe hier mein Handy, mit dem ich die Szenen hin und her schalten kann. Ich muss noch irgendwie mute hin und her. Also Technik ist noch sehr, ja, laienhaft. Und bitte verzeiht mir, falls das nicht alles zu 100% klappt. Und je nachdem, wenn das Video gut ankommt, mache ich gerne auch noch weitere Videos. Das ist so ein kleines Experiment. Vielleicht gefällt euch ja dieses Video. Und das Ganze, was ich jetzt hier mache und was ich kommentiere und so, das ist alles komplett spontan. Ich habe nichts geskriptet. Ich habe mir die Videos vorher nicht nochmal angeguckt. Und ja, wir schauen einfach mal. Ich werde jetzt von dem letzten Video, also von dem 10. Video von damals, einmal die Clips so ein bisschen am Anfang abspielen. Und dann werde ich das Ganze kommentieren. Und dann schauen wir doch mal, ob diese Spiele, die ich damals auf dem Zettel hatte, als Hit-Potenzial-Spiele immer noch in meinem Spieleregal sind. Habe ich sie überhaupt gespielt? Hatten sie zu Recht Hit-Potenzial? Also sind es vielleicht Hits geworden? Ja, das wollen wir jetzt mal gemeinsam herausfinden. Und dafür schalte ich einmal hier auf meine Picture-in-Picture-Overlay-Kamera. Und ja, ich muss immer mich muten, wenn ich das Video abspiele. So ein bisschen kompliziert, weil ich keine Kopfhörer habe. Aber das kriegen wir schon hin. Und ich würde sagen, ich habe das hier schon mal einmal bei dem Video hier, bin ich auf Start gegangen. Und jetzt gucken wir einfach mal an, ja, was ich als erstes Spiel hier habe. Und dann, ja, gucken wir mal, ob das tatsächlich ein Hit geworden ist. Ich darf auf meiner Essen-Preview-Liste auch ein Geschicklichkeitsspiel nicht fehlen. Ich habe mir als, ja, das interessanteste Geschicklichkeitsspiel herausgesucht, Nekojima. Nekojima, das ist wohl eine Insel in Japan, bei der, ja, oder wo relativ viel Strom erzeugt wird, wo viele Stromtrassen, ja, verschiedene Orte versorgen. Und bei Nekojima versuchen wir genau diese Stromtrassen zu bauen und diese dann aufeinander zu balancieren. Also wir haben solche kleinen Holzstäbchen und an diesen Holzstäbchen sind so Leinen und ich glaube auch noch irgendwelche, ja, Vögel, die man dann da dran heften kann. Ich bin nicht ganz sicher, es sah aber auf den Screenshots so aus. Ja, tatsächlich sind es keine Vögel, tatsächlich sind es Katzen. Das Spiel ist ein richtig tolles Balancing-Spiel mit tollem Material. Und ja, das macht das, was Balancing-Spiele machen sollen. Das erinnert mich leider so ein bisschen an unsere verpasste Japan-Reise. Ah, dieses Japan-Thema, Nekojima. Aber ja, man muss sagen, für ein Balancing-Spiel finde ich super. Ist jetzt nicht der Hit geworden, also um mich herum spielt es eigentlich kaum jemand. Aber ich habe es immer noch in der Sammlung und werde es auf jeden Fall auch in der Sammlung behalten. So, dann gucken wir mal, was das nächste Spiel ist. Oh, ich sehe schon hier in dem Preview, ah, das wird, ja, das wird interessant. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann kommen wir zu einem Euro-Game, wie es im Buche steht. Kel-T heißt das Ganze. Wir spielen hier in der Zeit der Kelten, also in der Zeit, wo die Kelten ihre Raubzüge vorgenommen haben. Von, ich glaube, Portugal und Großbritannien aus. Und ja, wir haben hier ein typisches Euro-Game. Es ist so ein Arbeiter-Einsatz-Spiel, bei dem wir aber Arbeiter tauschen. Ich glaube, ich weiß gar nicht so genau, ob das so ähnlich ist wie bei Räuber der Nordsee, wo man ja auch... Ja, und ich weiß es tatsächlich immer noch nicht. Ich habe das Spiel leider nicht gespielt. Ich habe es mir auf der Messe angeguckt. Ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, dass es ganz gut sein soll. Aber ein richtiger Hit ist es auf keinen Fall geworden. Boah, und habt ihr die Einblendung gesehen? Meine alte Einblendung, die ist tatsächlich erst ein Jahr alt. Ich habe ja jetzt mittlerweile den neuen Banner, der ein bisschen hübscher aussieht. Eieiei, was hat mich denn da geritten? Aber ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Gucken wir mal aufs nächste Spiel. Also bei Calte, ja, kann ich nicht sagen. Ist auf jeden Fall kein Hit geworden. Auch nicht bei mir im Spieleschrank, weil ich es nie gespielt habe. Habt ihr das gespielt? Könnt ihr was dazu sagen? Ich bin gespannt. Schreibt gerne mal was dazu in die Comments. Dann gucken wir auf das nächste Spiel. Sehr gespannt drauf. Dann ein Spiel, was ich gar nicht in meiner Sammlung habe. Was ich wahrscheinlich auch gar nicht in meiner Sammlung aufnehmen werde. Aber wovon ich euch trotzdem natürlich berichten möchte, worauf ich euch aufmerksam machen möchte. Das ist wahrscheinlich für jeden Dixit-Fan ein Muss. Und für jeden Disney-Fan sowieso. Nämlich die Dixit-Disney-Edition. Ja, das Spielprinzip bleibt das gleiche. Ja, Disney, Dixit. Disney geht ja immer, merken wir an Locana. Disney ist eigentlich, ja, bei jedem irgendwie angesagt, habe ich so das Gefühl. Ich habe, ja, ich bin nicht so der große Dixit-Fan. Es ist einfach nicht meine Art Spiel, muss man sagen. Ja, ist bei mir auf jeden Fall kein Hit geworden. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass die Dixit-Fans es richtig cool fanden. Kann ich aber tatsächlich gar nicht so viel drüber sagen, ob das jetzt ein Hit geworden ist oder nicht. Auf jeden Fall, in meiner Umgebung haben das nicht besonders viele gespielt. Ja, das kann ich zu Dixit sagen. Dann können wir mal zum nächsten. Oh, jetzt, ja, ja, jetzt. Das wird gut. Mal gucken, was da kommt. Spellbook von Asmodee. Das Ding habe ich auch irgendwo hier schon liegen. Ist vor kurzem hier angekommen. Und ich freue mich darauf, das jetzt die nächsten Tage auch ausprobieren zu können. Beziehungsweise, falls, vielleicht, wenn ich das Video veröffentlicht habe, habe ich es sogar schon gespielt. Aber stand jetzt. Ja, ich habe es gespielt. Ich hatte es auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gespielt, als das Video rauskam. Mal gucken, was da noch kommt. Äh, noch nicht. Und bei Spellbook, ja, geht es um magische Sprüche, Zaubersprüche. Wir haben ein, ja, ein Vertrauten, ein Familiar, wie es auf Englisch heißt. Und diesen wollen wir füttern. Und dazu gibt es verschiedene Sprüche. Und diese Sprüche... Füttern klingt tatsächlich ein bisschen falsch. Also, ja, wir füttern ihn nicht. Also, ja, wir legen so Chips auf so ein Tableau. Also, so richtig füttern, weiß ich auch nicht so genau. Hier können wir dann miteinander kombinieren. Und das ist wohl auch so der Unique Selling Point des Spiels, dass wir ganz viele Spruchkarten haben, die wir dann in unterschiedlichster Art und Weise miteinander kombinieren können, die dann unterschiedliche Effekte bis zum Ende des Spiels auslösen. Ja, und tatsächlich, das ist auch eigentlich so die Schwäche des Spiels gleichzeitig. Es ist zwar cool, dass wir unterschiedliche Zauberkarten in diesen unterschiedlichen Farben haben und die kombinieren können, aber leider entstehen dann dadurch meistens oder oftmals so Kombinationen von Zauberkarten, die so broken sind, dass man immer nur die eine oder die andere Aktion immer abwechselnd macht. Sodass die anderen halt total lame sind. Also, tatsächlich, das Spiel ist überhaupt kein Hit geworden. Ich finde es nicht besonders gut. Das habe ich auch damals in meiner Rezension gesagt. Ich habe es ein paar Mal gespielt und kam bei mir überhaupt nicht an. Es hat leider eine relativ große Enttäuschung gewesen. Ja, das vielleicht nochmal zu Spellbook. Dann gehen wir mal zum nächsten Spiel. Oh ja, auch ein sehr, sehr cooles Spiel, kann ich jetzt schon mal sagen. ... mit Hitpotenzial. Oh, und dann kommen wir zu einem Spiel. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich bin gar nicht sicher, ob ich es jemals spielen werde, aber ich habe schon so viel... Spoiler, ich habe es gespielt. ... gehört und ich hätte gerne eine Gruppe, mit der ich das zusammen zocken kann. Es geht um Zug... Und ich habe eine richtig coole Gruppe gefunden, um das zu spielen. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß, muss man sagen. Zugumzug Legacy. Ja, also Zugumzug ist natürlich immer wieder irgendwie mal eine Partie wert. In den unterschiedlichsten Versionen gibt es das ja mittlerweile. Und jetzt mit Zugumzug Legacy haben wir ein Legacy Revival. Man muss sagen, die Legacy-Spiele haben in den letzten Jahren ja so ein bisschen... Ja, sind ein bisschen untergegangen. Das letzte war, glaube ich, Pandemic Legacy Season Zero. Aber auch das... Ja, und man muss einfach sagen, dass halt einfach... Es ist ein Hit geworden, auch wenn es echt teuer ist, muss man sagen. Aber wenn man das ja mit mehreren Leuten spielt, dann kann man sich die Kosten ja auch irgendwie teilen. Dann kann sich jeder daran beteiligen. Jeder hat diese geile Spiele-Erfahrung. Und es macht unglaublich viel Spaß. Ich muss sagen, das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt das erste Spiel, was wirklich ein Hit geworden ist. Das hatte nicht nur Hit-Potenzial, sondern es ist ein Hit geworden. Ein richtig geiles Game. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Oh, ja, okay, auch interessant. Den nächsten fünf Spielen. Dann freue ich mich auch sehr über ein Spiel, was jetzt auf Deutsch erscheint, was letztes Jahr einen ziemlich großen Hype ausgelöst hatte. Normalerweise steht es dort in meinem Regal. Und ich habe es mal kurz rübergeholt, nämlich Age of Galaxy. Das Ding ist von Ice Makers im Original. Und jetzt bringt Asmodee eine deutsche Version. Ja, da habe ich tatsächlich immer noch den Namen von der Spiele-Schmiede falsch. Die heißen natürlich Ice Makes und nicht Ice Makers. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich so, seit ich die das erste Mal getroffen habe, immer Ice Makers im Kopf gehabt. Ja, ist natürlich totaler Quatsch. Ice Makes heißen sie. Ja, und es ist tatsächlich auf Deutsch rausgekommen. Und das ist eins dieser Spiele. Es ist nicht so ein richtiger Hit geworden. Ich weiß aber auch gar nicht, warum. Und ich spiele es auch viel zu selten. Ich habe es immer noch im Regal. Ich würde es gerne mal zocken. Es ist zu zweit halt nicht so geil. Man muss mindestens zu dritt sein. Ich glaube, zu viert ist es am geilsten. Ja, ich muss unbedingt mal spielen. Aber ich würde immer noch sagen, es ist ein Hit. Es ist einfach ein richtig geiles Spiel. Deswegen, ja, Age of Galaxy würde ich sagen, hat so ein bisschen dieses Hit-Potenzial verdient. Es ist auf jeden Fall so eins der besseren Spiele bisher. Dann gehen wir weiter. Was kommt jetzt? Okay. Age of Galaxy. Dann freue ich mich auch über den Nachfolger von Challengers. Nämlich Challengers Beach Cup heißt es nun. Es wurde zwischenzeitlich mal umbenannt von Challengers 2. Glaube ich in Challengers Beach Cup. Oh Gott, wenn ich noch einmal Challengers sagen musste. muss, dann, äh, dann bricht mir hier meine Zunge auseinander. Challengers, 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 Challengers. Challengers, 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 Challengers. Nein. Das lassen wir mal lieber. Wenn ihr zehnmal Challengers hintereinander sagen könnt, ganz schnell, schickt mir mal ein Video an meine E-Mail-Adresse contact at boardgame. Es hat leider keiner ein Video geschickt. Aber das habe ich auch tatsächlich nicht erwartet. Ja, Challengers war einfach ein richtig geiles Spiel. Aber Beach Cup ist halt komplett untergegangen. Ich habe von niemandem gehört, dass er das irgendwie gezockt hat, dass er das cool fand. Ich habe es mir selber auch auf der Messe dann nicht gekauft, weil ich Challengers, das Normale, auch schon nicht so oft gespielt habe. Und ja, man kommt auch eigentlich nicht so häufig dazu, das mit so einer großen Gruppe zu spielen. Und ich kenne jetzt auch genügend Leute, die den ersten Teil haben. Das kann ich mir jederzeit ausleihen. Der zweite Teil hat wohl nicht genug Neuerungen gebracht. Also, ja, kein Hit. Also wieder kein Hit hier in diesem Hit-Potenzial-Video. Kommen wir mal zum nächsten Video, zum nächsten Spiel. Definitiv ein Hit werden. Dann gibt es natürlich auch eine Neuheit, die man sich angucken muss bei Hans im Glück. Und diese heißt in diesem Jahr Carvi. Ja, ich bin gar nicht genau sicher, was wir bei Carvi machen. Ich habe auch noch keine Bilder oder Screenshots oder irgendwas davon gesehen. Ich kenne nur das Cover. Wir sind ein Wikinger-Spiel. Und es geht um Würfel, die wir einsetzen. Das kann sehr cool sein. Das kann auch nicht so cool sein, wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit der Herbstneuheit. Ja, und man muss sagen, es war dann doch nicht so cool. Also scheiben sich so ein bisschen die Geister bei dem Spiel. Fakt ist tatsächlich, dass vorher relativ wenig bekannt war. Und es war wirklich so eine Wundertüte, so ein bisschen. Und es war wieder so unglaublich teuer, muss man auch sagen. Ich habe es mir auf der Messe gekauft. Ich habe es dann auch gespielt. Und ich war leider ziemlich enttäuscht, weil es ist kein schlechtes Spiel. Es ist wirklich eigentlich ein ganz gutes Spiel. Man kann relativ viel Kram machen. Es ist auch eigentlich kein Würfel-Einsetz-Spiel, sondern wir laufen mit zwei von unseren Würfeln auf so einem Rondell und können dann je nachdem, wie weit wir laufen, unterschiedliche Aktionen durchführen. Und dann können wir mit unserem Boot durch diesen Fjord fahren oder durch das Meer fahren, verschiedene Inseln besuchen, müssen Ressourcen managen, wir können unser Boot ausbauen, wir können Leute für unser Boot anheuern und so. Es sind eigentlich ziemlich viele coole Sachen. Aber ich habe so ein bisschen das Problem gehabt, dass die Downtime extrem hoch war, weil es kann halt sein, dass man zweimal hintereinander dran ist und dann sind irgendwie die Gegner jeweils zweimal hintereinander dran. Und dann kann es sein, dass die Gegner noch mal jeweils zweimal hintereinander dran sind, bis man dann wieder zweimal hintereinander dran ist. Also es gibt so Spielzüge, wo man dann ewig auf seinen Zug wartet. Und ja, es ist wirklich ein gutes Spiel, was eigentlich immer noch Hitpotenzial hat, aber irgendwie wurde es mir in der Partie mies gemacht oder ich habe es irgendwie nicht so gefeiert. Es war dann nicht so geil, wie ich es erhofft hatte. Deswegen ist es leider ein bisschen untergegangen. Das zu Carvi. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Carvi. Dann wird es ein Spiel zu einer meiner Lieblingsserien geben und zwar Stranger Things Upside Down, heißt es. Ja, ein Stranger Things Spiel. Und ich bin ja immer eigentlich relativ kritisch, was solche Serien- oder Filmumsetzungen oder auch Computerspielumsetzungen von Brettspielen angeht, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ja, okay, das ist halt einfach nochmal ein bisschen Geldmacherei. Und so gut kann das gar nicht sein. Da kann gar nicht so viel Entwicklung reingesteckt worden sein, dass das Spaß macht. Aber bei Stranger Things muss ich jetzt mal irgendwie eine Ausnahme machen. Habe ich wahrscheinlich bei The Witcher auch schon, worauf ich, bei dem ich gerade noch auf meinen Kickstarter warte. Ja, der The Witcher Kickstarter ist angekommen. Ich habe es verkauft, ohne es gespielt zu haben. Ich habe nicht so viel Gutes drüber gehört. Ich habe es auch einfach nicht auf den Tisch bekommen, tatsächlich. Und Stranger Things, um es abzukürzen, ich habe es nicht gespielt. Ich habe es nur auf der Messe angeguckt und habe es dann auch für nicht so gut befunden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum. Es sah irgendwie nicht toll aus. Es hatte irgendwie keine Spielmechaniken, die mich überzeugt haben. Und ja, ich bleibe dabei. Ich bin einfach sehr kritisch solchen Umsetzungen gegenüber, weil ich einfach glaube, es ist so Cash Cow-mäßig. Diese Franchises, die umgesetzt werden. Ich bin ja auch kein großer Marvel-Fan, weil ich immer, es wird immer schlechter und schlechter und schlechter, je mehr da kommt. Und ich finde, es müssen auch mal neue Universen erschaffen werden. Es müssen, ja, neue Universen müssen her. Und es, keine Ahnung. Also ich bin kein Fan von diesen Umsetzungen. Und auch Doctor Who, das war eine Vollkatastrophe, dieses Spiel, was ich da mir geholt hatte. Daher, ja, leider kein Hit geworden. So, next game. Oh, dann sind wir schon beim letzten. Oh ja, das ist auch interessant. Und das letzte Spiel von diesen 100 Spielen, da habe ich mir Interstellar Starship rausgesucht. Beziehungsweise es heißt, glaube ich, Starship Interstellar. Und hier haben wir ein riesiges Sci-Fi-Game, was aber, glaube ich, eher so ein Euro-Game ist. Das Ganze wird bei Asmodee auf Deutsch erscheinen. Und es geht darum, dass, ja, die Sonne irgendwie, wir haben irgendwie, es gibt so eine neue Technologie, wo wir irgendwie aus der Sonne Energie extrahieren konnten. Sci-Fi, bla, 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 Sci-Fi, bla, bla, bla. Also ich habe es nicht gespielt. Ich habe es mir angeguckt. Ich habe mir auch sagen lassen, von Leuten, die es gespielt haben, dass es okay ist, es ist ein Euro-Game, es sieht ein bisschen seltsam aus, alles ist ein bisschen, ach ja, es ist irgendwie so 0815 Sci-Fi, obwohl es so ein riesiges Ding ist, es hat so ein riesiges Board und es sieht eigentlich auch ganz, also es, ja, es sieht ganz geil aus auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt auch irgendwie so Standard-Sci-Fi-mäßig irgendwie, ja, es ist auf jeden Fall kein Hit geworden und tatsächlich, ja, sind wir dann schon mit den 10 Spielen durch hier. Und bei diesen 10 Spielen war tatsächlich, ja, es waren 2 oder 2,5 Hits dann doch dabei, die Hitpotenzial haben und ja, ich bin gespannt, ob dann tatsächlich in den nächsten Folgen, ja, die Rate nochmal so ein bisschen ansteigt zu Spielen, die dann doch irgendwie sich durchgesetzt haben, die irgendwie doch geil waren. Es ist halt einfach ein bisschen schwierig, das so im Vorfeld, wenn man die Spieler noch nicht gespielt hat, zu beurteilen, einfach irgendwie nach dem Aussehen kann man natürlich ein bisschen gehen, man kann gucken, was die Spielmechaniken da drin sind, aber am Ende muss man es einfach mal gespielt haben und tatsächlich ist es ja auch, ne, spielt man das einmal, dann ist es kein Hit, spielt man es nochmal, ist es plötzlich ein Hit, es ist ja alles sehr subjektiv, aber ja, das fand ich irgendwie ganz interessant, jetzt mal den Rückblick zu machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Gebt gerne mal Feedback, ob ihr solche Art Videos gut findet, ob ihr da nicht so viel mitnehmen könnt, ob ich das sein lassen soll, wie ihr das findet. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, sehe ich natürlich auch an den Klickzahlen und an den Likes und an den Abos, die so dazukommen, da kann man immer so ein bisschen auch, ja, lesen, wie ein Spiel ankommt, ob das eher bei euch Abonnenten ankommt, ob das neue Zuschauer anloggt und so. Also, ja, das ist ein kleines Experiment, was ich machen wollte und ja, falls ihr meinen Kanal unterstützen wollt und ja, solche Experimente auch, vor allen Dingen, ich möchte immer wieder neue Sachen ausprobieren, meinen Kanal voranbringen, ja, euch auf jeden Fall weiterhin die Brettspielwelt zeigen, dann, ja, lasst ein Abo da, gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video, lasst auf jeden Fall auch Comments da und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal schaut. Ich hätte hier zwei Vorschläge, hier oben und hier unten zwei Videos, die euch gefallen könnten. Schaut einfach mal rein oder stöbert weiter auf meinem Kanal. Ich habe noch viele weitere Videos oder guckt euch auch die Listen vom letzten Jahr mal an und dann geht es jetzt demnächst weiter mit den richtig fetten Preview-Listen zur Spiel24 und ich freue mich schon drauf und ja, wäre schön, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao!